und hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft monsters ja ich nehme jetzt die nächste folge direkt im anschluss auf denn wir wollen jetzt unser naja ich kann mich jetzt nicht entscheiden ja wir machen erst mal unsere und ein m f e m f e denn million four million e u start good energy crystal isolate basic machine casing good das kann ich ja bauen energy crystals diamond dust and redstone okay die kommen in den macurator gut dann bin ich ja froh dass ich gerade eben noch ein bisschen gebaut habe so also haben wir einen kompressor wir brauchen einen kompressor fällt mir gerade so ein also kommen ein kompressor genau basic machine casing stone stone electronic circuit ja ich brauche eben stones ich glaube die waren hier drinnen nein stone eins zwei drei sechs so gut gut in vier und sein damit so basic machine casing 8 iron iron plates so da haben wir das jetzt fehlt noch ein electronic circuits und der besteht wie gesagt aus drei hä wo ist mein copper block hin basic iron zinn ich habe kein copper block mitgenommen hmmm dumm gelaufen da block auf kappa warte mal haben wir hier noch irgendwo kappa drinnen ja ein kappa einget und das ist bonzen gut so hier haben wir nichts miteinander was uns helfen könnte 1 2 3 so wir brauchen 1 2 3 dann brauchen wir den cutter oh wir müssten gleich einen neuen machen äh so 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 wir brauchen iron iron hä wo haben wir nochmal iron oh ich glaube wir brauchen noch ein bisschen Eisen wir brauchen ein davon so gut das haben wir das haben wir das haben wir die iron plate so das basic machine casing und wo sind meine ah die stones habe ich da drin liegen lassen so stones hopp ähm basic fisch so ich hoffe nein ich habe natürlich keine kupferleitung dahin gelegt also brauchen wir noch mal ein bisschen kupfer um die leitung zu bauen so ähm cutter und kupfer ich könnte ja mal auch inzwischen runter gehen und gucken ob die bäume etwas abgeworfen haben da vielleicht eins zwei drei vier gut also macht das ding noch kein verlust puh das lädt sich aber ganz schön schnell auf so gut wir brauchen ein mfe fe mfe mfe card isolated gold kabel ja das kann man ja einfach besorgen casing machine auch so wir brauchen vier wir brauchen nochmal zurück wir brauchen vier stück davon die ergeben vier ja das ist klar und das ergibt jeweils neun gut das bedeutet nochmal kurz 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 zurück kurz zurück vier stück jeder wird aus vier diamanten gemacht also wir brauchen 16 diamanten für einen mfe teuer teuer muss ich mal so sagen wie viel haben wir eigentlich 25 nachher davon können wir also uns nachher ein nano feud teilbauen pf das hätte ich jetzt nicht gedacht dass es wirklich so so teuer ist so die kommen in den macurator 16 stück ähm in der zwischenzeit gehe ich mal jetzt mal ins bett und dann nach der tree trap angucken ich sollte mal auch wieder gucken ob ich wirklich habe ich auf friendly gestellt oder sowas nein gut da ist meine tree trap so 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 hab dir irgendwas abgeworfen ja du hast was für mich da danke du hast noch nichts für mich du hast auch nichts für mich und du hast auch nichts für mich war ja natürlich klar keiner hat was für mich so ich glaube ich könnte auch mal wieder die video des settings etwas hoch stellen jetzt läuft das alles einigermaßen wieder ich hätte nämlich gerade eben noch ein programm nebenher laufen das ordentlich was gezogen hat so hier läuft du läufst auch wir sollten gold gold kabel brauchen wir und sechs iron äh acht iron acht iron hammer zack wuhu basic machine casing so gold wir brauchen ich glaube zwei gold das müsste reichen um das ganze zu bauen so gold plates und und lass oh einer bringt schon vier gut dann kann ich ja die gold platte hier rein werfen dann läuft da so lange nichts und ähm ja so gold kabel die muss ich jetzt isolieren okay scheinbar geht das anders bei denen die brauchen zwei schön zu wissen wo sind meine rubber bars da mh zack so und ich bin schon wieder komplett voll mit irgendeinem scheiß ich brauche ich brauche ein project table so gold cable wie weit bist du diamond dust 9 kompressor das ging doch so kompressor achso dann musste die erst so und dann redstone auffüllen so so super komm zwei stück her mit dem zeug ich brauche dich so mach die noch mit äh gerade so noch eigentlich kann ich die erde mal wegwerfen brauche ich nicht ha industrial dingsbums so und zuerst energy crystal schön so ja ich muss eigentlich noch mehr weg tun äh da du kommst weg ähm ja du läufst so so hallo ah super wenn da nichts so gemacht wird wie ich es möchte so und der zweite industrial diamant ist fertig ich ich so so ich